Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucca. RKI-Protokolle. Warum wurden Genesene zur Impfung gedrängt? Die Corona-Impfkampagne wirft nach wie vor Fragen auf. Unter anderem, warum die natürliche Immunität geleugnet wurde, obwohl sie der Impfung offenbar überlegen war. Ein Beitrag von Bastian Barucca. Die politische Vorgabe bezüglich der Corona-Impfkampagne war schnell klar. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, betonte in einer Pressekonferenz im Januar 2021, dass, Zitat, es politische Grundentscheidungen gibt, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben, Zitat Ende. Sie hatte sich dafür entschieden, eine Herdenimmunität in der Bevölkerung hauptsächlich durch die Impfung zu erreichen. Vorausgegangen war bereits im August 2020 die Aussage der WHO, nur durch eine Impfung könne man die gewünschte Immunität schnell erreichen. Im Oktober 2020 folgte die Vorgabe des Generaldirektors der WHO, Herdenimmunität müsse durch Impfungen erreicht werden. Erwähnenswert ist diesbezüglich, dass die WHO im Jahr 2020 die eigene Definition von Herdenimmunität so abänderte, dass diese nur durch eine hohe Impfrate anstatt durch Immunität nach Infektion zu erreichen ist. Zu Beginn des Corona-Geschehens wurde immer wieder betont, dass es sich um ein neuartiges Virus handele, vor dem niemand geschützt sei. In der Fachsprache nennt sich das immunologisch naiv. Diese Verlautbarungen standen jedoch bald im Widerspruch zu Forschungsergebnissen verschiedener Expertengruppen. Ein Team um Dr. Andreas Thiel von der Charité in Berlin fand bereits im Juli 2020 heraus, dass aufgrund vorangegangener Kontakte mit anderen Coronaviren eine Teilimmunität in der Bevölkerung vorhanden war. In einer dazugehörigen Zusammenfassung heißt es, Zitat, Im August 2020 widmete sich die New York Times der Immunität nach Infektion und titelte, Zitat, Im Oktober 2020 erschien ein Aufruf mit dem Titel Wissenschaftlicher Konsens über die Covid-19-Pandemie. Wir müssen jetzt handeln. Im Wissenschaftsjournal Lancet, der unter anderem von der damaligen Direktorin des amerikanischen Pendants zum RKI, des CDC, unterschrieben wurde. Darin heißt es, Zitat, Außerdem gibt es keine Hinweise auf eine dauerhafte schützende Immunität gegen SARS-CoV-2 nach einer natürlichen Infektion, Zitat Ende. Ende 2020 belegte eine Studie an der Medizinischen Universität Innsbruck, dass Corona-Genesene eine stabile Langzeitimmunität aufweisen. Impfung trotz natürlicher Immunität? Professor Andreas Radbruch, einer der angesehensten Immunologen Deutschlands und Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, veröffentlichte im Juli 2021 einen Aufsatz im renommierten Wissenschaftsjournal der Biomedizin Nature, der sich mit der Immunität nach einer Corona-Infektion beschäftigte. Darin kam er zu dem Schluss, Zitat, Dass eine Infektion mit SARS-CoV-2 bei den meisten Menschen eine langfristige Immunität hervorruft, Zitat Ende. Die Untersuchungen zeigten stabile Werte von neutralisierenden Antikörpern bis zwölf Monate nach der Infektion. Für SARS-CoV, einen Verwandten von SARS-CoV-2, fand man in einer vorangegangenen Pandemie nach 17 Jahren noch Antikörper im Blutserum. Erst kürzlich zeigte zudem eine Nature-Publikation, dass die mRNA-Impfung nicht in der Lage ist, langlebige Antikörper produzierende Plasmazellen zu bilden. In einem Interview mit Radbruch erfährt der Zuhörer, dass bei Corona die Immunität nach einer Infektion sogar dreimal so stark ist wie nach einer mRNA-Impfung. Anders ausgedrückt, Zitat, Der Medizinprofessor Martin Kulldorf, der an der Universität Harvard unterrichtete, kommentierte den Umgang mit der erworbenen Immunität durch Infektion während des Corona-Geschehens wie folgt, Zitat, Unter den vielen überraschenden Entwicklungen während dieser Pandemie war die erstaunlichste die Infragestellung der natürlich erworbenen Immunität, nachdem eine Person die Covid-Krankheit durchgemacht hat, Zitat Ende. Der hervorragende Effekt der natürlichen Immunität wird von ihm wie folgt beschrieben, Zitat, Bei den meisten Viren ist die natürliche Immunität besser als die durch die Impfung hervorgerufene Immunität, und das gilt auch für Covid. In der bisher besten Studie war die Wahrscheinlichkeit einer symptomatischen Erkrankung bei Geimpften etwa 27 Mal höher als bei Personen mit natürlicher Immunität, Zitat Ende. In einer aktuellen Rückschau auf die globale Pandemie-Politik führt der in Schweden geborene Medizinstatistiker bezüglich der Immunität nach Infektion weiter aus, Zitat, Die Impfung von Menschen, die bereits an Covid erkrankt waren, war also nicht nur unnötig und unethisch, sondern untergräbt auch das Vertrauen in die Gesundheitsbehörden und das Vertrauen in Impfstoffe. Diese Impfstoff-Fanatiker, die darauf bestanden, dass jeder geimpft werden sollte, Auch diejenigen, die bereits durch Covid immun sind, haben meiner Meinung nach das Vertrauen in Impfstoffe im Allgemeinen zerstört, Zitat Ende. All diese Erkenntnisse münden in eine grundlegende und gleichzeitig sehr bedeutsame Frage. Gab es jemals eine wissenschaftliche Grundlage für die Annahme, dass Genesene überhaupt geimpft werden müssten? Die oben erwähnten Untersuchungen und das immunologische Grundwissen deuten darauf hin, dass es nicht darum ging, Menschen vor Corona zu schützen, sondern die politische Vorgabe, so viele Leute so schnell wie möglich zu impfen, umzusetzen. Die RKI-Protokolle und der Genesenenstatus In den Protokollen des Robert-Koch-Instituts findet sich dazu folgende Aussage, Zitat, Langfristig sollte der Genesenenstatus dadurch abgeschafft werden, dass frühzeitiger geimpft wird, Zitat Ende. Außerdem in den Protokollen zu lesen, Zitat, Statt Antikörpertestungen sollten lieber zwei Impfungen angeboten werden, Zitat Ende. Im Sommer 2021 heißt es darin, Zitat, Neue STIKO-Empfehlung wurde gestern veröffentlicht. Serologie, die Erhebung der Immunität durch Antikörpertestungen, Anmerkung des Autors, wird vorerst nicht berücksichtigt. Hiervon konnte STIKO überzeugt werden, wäre bei Genesenen in aktueller Situation zu kompliziert, Zitat Ende. Im Oktober 2021 wird in den Protokollen der politische Einfluss auf den Umgang mit Genesenen deutlich, Zitat, Minister hat allen Booster-Impfung nahegelegt, ist von STIKO aber noch nicht empfohlen und doppelte Impfung von Genesenen, hierzu liegen FG 33 und WHO noch keine Daten vor. Frage, was bringt wirklich Zusatznutzen, Zitat Ende. Prof. Leif Sander, Immunologe der Charité Berlin, behauptete im November 2021, Zitat, Es gibt wirklich keine zwei Meinungen. Alle Erwachsenen in Deutschland müssen sich impfen lassen. Die Immunität über eine Infektion ist keine Alternative, die man hier diskutieren kann, Zitat Ende. Auf Anfrage teilt Dr. Kai Klapproth, Immunologe und ehemaliger Akademischer Rat der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg, der aufgrund der 2G-Regelungen die Uni verließ, mit, Zitat, Es gab keine Evidenz, dass eine zusätzliche mRNA-Impfung einen besseren Schutz gegen Corona bietet als eine durchgemachte Infektion. Im Gegenteil. Wie aus fachlicher Sicht zu erwarten war, führt eine überstandene Infektion eher zu einer überlegenen Immunität, Zitat Ende. Selbst Charité-Professor Christian Drosten wünschte sich nach seinen Impfungen eine Immunität durch Infektion, um langfristig und belastbar immun zu sein. Eine neue Erscheinung im Zuge der Pandemie-Politik ist außerdem der Begriff hybride Immunität, eine dem reinen genesenen Status angeblich überlegene Mischung aus Infektion und Impfung, die sich in zahlreichen Stellungnahmen zur Covid-19-Impfung des Robert-Koch-Instituts findet. Auf den Begriff angesprochen, erwidert der Immunologe Ratbruch, Zitat, Der Begriff wurde benutzt, aber das ist kein Fachbegriff. Wenn man einen Genesenen impft, wird dieser mehr Antikörper produzieren. Das hat aber nichts damit zu tun, dass er vor Infektionen geschützt, selber nicht mehr infektiös ist oder auch nur wesentlich immuner wird, Zitat Ende. Die willkürliche Änderung des Genesenen-Status Wichtig zu erwähnen ist in diesem Kontext, dass sich der Genesenen-Status durch einen positiven PCR-Test definierte, der keine Immunität nachweisen kann. Der Status galt in Deutschland 180 Tage nach positiven PCR-Test, was mit Blick auf die länderspezifischen Unterschiede willkürlich erschien und suggerierte, dass man sechs Monate nach Infektion wieder immunologisch naiv oder ungeschützt wäre. In der Schweiz galt der Status ursprünglich 365 Tage. Ein Antikörper- oder T-Zell-Test war als Nachweis für Immunität nicht zulässig. Der genesenen Status, der immunologisch sozusagen die bestmögliche und am längsten anhaltende Immunität verspricht, wurde dann überraschend am 15. Januar 2022 von sechs auf drei Monate verkürzt und bedeutete für hunderttausende Menschen den jähen Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Begründet wurde dies wie folgt, Zitat, Weiter heißt es, Zitat, Laut Ratbruch geschah dies vollkommen gegen die fachliche Datenlage. Er verweist auf einen von ihm im Juni 2021 veröffentlichten Aufsatz im angesehenen Medizinjournal der Biomedizin-Fachzeitschrift Nature. Laut Ratbruch, Zitat, Im Plenum des Bundestages, so wie in allen anderen EU-Ländern, blieb der genesenen Status währenddessen bei sechs Monaten. Die Schweiz hatte einen zwölfmonatigen genesenen Status, der später auf neun Monate verkürzt wurde. In der Öffentlichkeit wurde die spontane Verkürzung so dargestellt, dass das RKI diese Änderungen über Nacht eigenverantwortlich veranlasst habe. Lauterbach entmachtete später RKI-Präsident Wieler und übertrug die Entscheidung über den genesenen Status in der Folge auf sich. Die geleakten RKI-Protokolle sprechen jedoch eine ganz andere Sprache. Am 3. Januar 2022 heißt es im RKI, dass, Zitat, zukünftig klar kommuniziert werden sollte, dass es nicht mehr um rein fachliche Empfehlungen des RKI, sondern um Beschlüsse der GMK-BMG politischer Ebene handelt, die entschieden hat, Zitat Ende. Am 7. Januar 2022. Zitat Ende. Laut Minister werden Genesene nur noch für drei Monate von der Quarantäne ausgenommen. Genesenen-Definition muss mit BMG besprochen werden, Zitat Ende. Am 12. Januar heißt es, dass die Definitionsänderung des genesenen Status ein Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz MPK war. Außerdem steht dort, Zitat, Durchgemachte Infektion zählt wie eine Impfung, trüge zur Verständlichkeit bei, wird vom Minister abgelehnt, da Studiendaten darauf hinweisen, dass AK-Status, gemeint ist der Antikörperstatus, Anmerkung der Redaktion, bei Genesenen mit einer Impfung sehr gut ist, Zitat Ende. Zwei Tage nach Bekanntgabe der geänderten Dauer des genesenen Status heißt es in den RKI-Protokollen, Zitat, Es bestehen viele Fragen und auch Sorgen bezüglich der neuen Änderung der veröffentlichten Empfehlungen, die aus der MPK am 7.01.2022 entstanden, Zitat Ende. Die willkürliche und später von Gerichten als rechtswidrig eingestufte Änderung des genesenen Status entstand also am 7. Januar 2022 auf einer Ministerpräsidentenkonferenz. Auf Nachfrage bewertet der Immunologe Klapproth diesen Vorgang wie folgt, Zitat, Die Befristung des genesenen Status auf 6 bzw. 3 Monate widersprach der Datenlage, nach der Genesene mindestens genauso gut, wenn nicht besser, vor einer SARS-CoV-2-Infektion geschützt waren wie Personen, die nur einen Impfschutz hatten. Da es keine nachvollziehbare immunologische Begründung für diese Entscheidung gab, liegt der Verdacht nahe, dass damit der Druck erhöht werden sollte, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, Zitat Ende. Wie aufgrund von Lehrbuchwissen zu erwarten war, ist bei Corona die Immunität nach Infektion der immunologische Goldstandard und der Impfimmunität haushoch überlegen. Sowohl der genesenen Status an sich als auch die Verkürzung waren medizinisch unbegründet und willkürlich. Somit wurden Millionen von ausreichend geschützten Menschen zu einer Impfung gedrängt, die ein ungeklärtes Sicherheitsprofil aufweist. Dieser Beitrag ist in der Open-Source-Initiative der Berliner Zeitung erschienen. Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barocca. Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.